Die Energieforschungsoffensive NRW soll einen Beitrag leisten, Nordrhein-Westfalen zu einem modernen und klimafreundlichen Wirtschaftsstandort zu entwickeln, der Klimaschutz und Wohlstand gleichermaßen voranbringt. Dies geschieht über die Stärkung der Energieforschung. Wenn dies gelingen soll, so müssen die Forschungsergebnisse aber auch in die Praxis getragen werden. Das heißt, sie müssen marktreif werden und sich dann über den Markt verbreiten. Und hierbei können wir Sie als NRW-Bank unterstützen. Aber erstmal einen schönen guten Tag. Mein Name ist Jan-Peter Beckmann und ich arbeite im Beratungscenter Wirtschaftsförderung der NRW-Bank. Ich möchte Ihnen einen kurzen Überblick geben, wie wir Sie nach Abschluss eines erfolgreichen Energieforschungsprojektes mit unserem Förder- und Finanzierungs-Know-how unterstützen können. Die NRW-Bank ist die Förderbank des Landes Nordrhein-Westfalen und das größte Landesförderinstitut in Deutschland. Wir beraten UnternehmerInnen oder solche, die es werden wollen, zu Finanzierungs- und Fördermitteln. Seien es gründende oder etablierte Unternehmen, seien es gewerbliche oder gemeinnützige Unternehmen, kommunale Betriebe oder Sozialunternehmen. Wir als NRW-Bank bieten Ihnen Finanzierungslösungen im Eigenkapitalbereich und Förderkredite an. Kurzum, wir machen es Ihnen leichter. Wir richten uns an JungunternehmerInnen oder unterstützen Sie themenbezogen, zum Beispiel mit unserem Digitalisierungskredit oder bei Ihren klimabezogenen Vorhaben. All diese Leistungen bieten wir Ihnen im Übrigen über Ihre Hausbank an. Wir nennen das Hausbankenverfahren. Natürlich stehen wir Ihnen gerne vorab beratend zur Seite. Darüber hinaus beraten wir Sie im Beratungscenter Wirtschaftsförderung auch zu Zuschussfördermöglichkeiten, sowohl zu solchen, die das Land NRW anbietet, als auch der Bund oder die EU. Zuschussfördermöglichkeiten? Das heißt, es geht um Programme, über die Forschungs- und Entwicklungsprojekte kofinanziert werden können oder Programme, die Investitionsbeihilfen bieten oder solche Programme, die von Ihnen in Einspruch genommene Dienstleistungen bezuschussen. Dies kann zum Beispiel eine finanzielle Unterstützung beim Bau von Prototypen sein oder die maßgeschneiderte Softwareentwicklung betreffend. Und natürlich haben wir auch stets die Förderlandschaft für Gründende und Startups auf dem Radar. Aber nicht nur das. Wir beraten Sie auch gerne in Finanzierungsfragen, wenn Sie zum Beispiel als Gründerin oder Gründer oder auch als etabliertes Unternehmen für ein bestimmtes Vorhaben ein Finanzierungskonzept erstellt haben, sagen wir für die Einführung eines neuen Produktes und dieses, bevor Sie auf Ihre Rang zugehen, einer kritischen Betrachtung unterziehen lassen möchten. Hier nehmen wir gerne die Rolle eines neutralen Sparingspartners ein und geben Ihnen Feedback zu Ihren Unterlagen und wertvolle Tipps für Ihr Finanzierungsgespräch. Für Unternehmen sind Netzwerke unentbehrlich. Wir sind selbst aktiver Player in etlichen Netzwerken und können Ihnen helfen, Türen zu öffnen. Wenn Sie zum Beispiel Business Angels suchen, nach einem branchenbezogenen Anschluss Ausschau halten oder sich gezielt im Bereich der Kreislaufwirtschaft vernetzen wollen. Zudem sind wir Teil des Netzwerks NRW Innovationspartner. Das ist ein landesweites Netz von Innovationsakteuren, was auf die Unterstützung der mittelständischen Wirtschaft ausgerichtet ist. Kurzum, wenn Sie die Ergebnisse Ihres Energieforschungsvorhabens in Richtung Marktreife entwickeln wollen oder gar ein neues Produkt auf den Markt bringen möchten, dann sollten Sie uns auf dem Schirm haben. Sprechen Sie uns gerne an. Einfach so. Ach ja, und wir bieten regelmäßig Informationsveranstaltungen zu den oben genannten Förder- und Finanzierungsmöglichkeiten an. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben möchten, schicken Sie uns gerne eine kurze Notiz. Unsere Kontaktdaten sehen Sie nachfolgend im Bild bzw. unterhalb des Videofensters. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und vielleicht bis bald.